Musik Ich glaube, du bist das Kunstwerk, oder? Ich weiß nicht. 500 Euro für Kunstwerks. Nein, wiss ich. Entschuldigung, ich habe vorhin schon mal gesehen, dass Sie was gemalt haben. Das war absolut der Hammer. Ich will es reservieren, vielleicht, wenn es geht. Ach, das ist schon reserviert. Soll ich Ihnen dann einfach schon mal Geld geben dafür? Wissen Sie, was ich kann? Speed zeichnen. Unfassbar schnell. Ich mag das jetzt? Was? Ich soll die Sonne werden. Ich habe es nicht so mit den Farben. Ja. Absolut übermeldet. Das ist kein Käfer. So schnell mache ich Geld. Als Künstler ist das heutzutage nicht leicht zu überwenden. Also hier einmal 50. Ja.